Heute wird ein Kindheitstraum wahr. Ich versuche im Selbsttest einen Airbus A330 zu fliegen. Natürlich keinen echten, aber fast echt. Wir sind heute hier im Flight Training Center der Lufthansa in Berlin-Schönefels. Und dann werden wir sehen, wie ich mich schlage. Schauen wir mal, wie ich das jetzt gleich untrainiert hinbekomme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin wieder draußen aus der Höllenmaschine des Airbus A330. Ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass wirklich in so einer simulierten Situation man ein wahres Fluggefühl bekommt. Und wenn ich ehrlich bin, Pilot werde ich glaube ich nicht. Dennoch, es macht einen riesen Spaß und ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin wieder draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke drauf. Tschüss.